Amazing Drain Soul und Drain Life, mehr brauche ich nicht für Rhinol Bei Drain Soul töte den ersten Bei Drain Life hiel ich mich und töte den zweiten Dann kann ich wieder Drain Soul machen, töte den dritten Enthülle die Wahrheit, Skippy Enthülle, enthülle dich Nein, ich möchte mich nicht aussehen Enthülle dich Oh, er hat was auf dich geworfen Ist er Enrage? Ist schon der Enrage Mode? Oh, ich hoffe der Healer hält das durch Ich muss dich unterstützen, Adalas Ich habe schwere Namage gekriegt, aber das Tod im Steeds, alles gut Ähm, okay Ähm Gesundheit, schnell Drain Soul Maximum Damage Boah, wir haben ihn getötet, das wird gut für ein Quest sein Nein, ich hätte Drain Soul früher einsetzen, oder? Bedauerlich Oh, wie sie springen, hey Wie sie springen und sprechen Wie die Wölfe von Tirol Hm Denn die Wölfe von Tirol So Lebt denn der alte Holzmichel noch Holzmichel noch Holzmichel noch Holzmichel noch Er lebt nicht mehr Nimm's mir die Übedingungen, ich weiß, wie es richtig geht Tödet den alten Holzmichel noch Holzmichel noch Holzmichel noch und das funkt das nicht nur im Fernsehen dann können wir sie aufsägen ich hab nur ein Talent ich hab ihn sogar schon verteilt, you guys ähm, ähm, sehr blöd sooo, brrrrr ich hab's angemacht und ich bin's noch nicht losgeboren, ich muss ganz schnell loswerden, ich bin's losgeboren, you guys er hat das, er hat das abgesetzt, das Eis gelegt, das Eis gelegt you guys der Football ist im, im Tor ach Kojo, deine Sport mit Törfern sind mir die liebsten oh, Ratte gedottet Rat ab, Rat ab ok, Dotson drauf, ähm, Lifetime woherst du bist der stärkste Hexer der Welt I just think so I shouldn't be oh, ich, ich oh, der ist auch schon was ist denn der für hätte er diese Pistolen, ne? war er so? ja ja man, 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 man tschu, Superstar Rat er das ich bin ein Superstar tschu, Superstar ähm, Airshot tschu ja, man müsste seine Skills taktisch sinnvoll nutzen Rat er das vier geht nicht oh, die sind so hübsch mit diesem grünen und so und, und, entcountern wir schon ich, ich positione mich hier ich kenne den Exploit oh, you guys are serious wie schützt du uns, Adalas? da ist der erste und zwar der Healer okay, wir müssen den Healer unterstützen, Adalas er hat den Soul Stone gehabt, ich heal ihn voll oh, nice, ich habe ihm den Soul Stone gegeben, Colter das hat uns noch mal gerettet Feld ist ja auch schon aufgefallen so, ich hätte auch den Tank aufheal ihn können, das war das kein Problem forgot to inquest, huh? Alter, der Healer ist echt der Schlimmste, oder? er hat weder Mana noch Ahnung von diesem Spiel wow, wie ist es geschafft? was ist es für die Schulden? das sind aber deine DBS nicht gut ich bin ein Schamane ich bin ein Schamane ich bin ein Schamane an ich möchte kein Arsch sein, aber ich muss ihm jetzt sagen Flaming Flaming, tu es ich bin ein Schamane ich bin ein Schamane ich habe es nicht mehr gelesen ich habe es nicht mehr gelesen schreibt er, dass sie auf den Schaden gucken sollen, dann sehe ich was er hat den Punkt nicht verstanden weil wenn ein Hunter bei dem Level nicht auf Nummer 1 ist, dann soll der WoW quicken weiß ich gave you more welchen Battlegön magst du, Kölger? mhm, Bildige ich weiß nicht Bildige? glaub ich mag beide mach mal Kriegssертв warte, was? ich mein, ich habe kacke gemacht da hat mich ein Kölger kölger, man tut kriegssinnerschwaffe, und und jeder für jeden an sich wenn es der Krieger ist hier noch jemand man sei halt nur auf uns gewartet und gelevelt in der Zeit um stärker zu sein oh Gott wir haben nicht gelohnt doch haben wir das heißt er ist nicht stärker als hier heute Noob gut er hielt mich oh nice die Frage ist doch warum ist er friedlich weil wir den nutzen wie denn gleich mit dem Eimer was mit den Samen mit der Spitzhacken die mit der Spitzhacken muss man die echt mal wegnehmen irgendwas braucht man die bestimmt oder brauchte man oder ein alter Brauch sagt so kein Problem 300er Kripp ich finische das Arsch oder den Arsch oder das den Arsch oder okay ich hab dich gefocust wann kriegt man auch mit der Spack 30 wow das ist ne gute Idee das ist ne gute Idee aha jetzt die Spitzhacken nehme ich weg oh man hat ja so nen Beutel mit awesome Sachen gekriegt zum Beispiel und umhauen den ich nicht gebraucht habe tja ach Scooby 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 ich wollte auch nochmal machen aber ich müsste gehen das kann ich nochmal sein das kann ich nochmal sein das kann ich nochmal sein das war sinnvoll welches zu dir umfaut ist ich? ich hab ne Wolse gestalt kurz in der Wasseratmung noch passen Seelenstein auf mich selbst machen na ok du 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 Arsch mhm mhm Arsch 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 Bist du ein Arsch 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 Und was willst du dagegen tun? Tun 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 Arsch 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 Such dir das schnellste Mount was Arsch Arsch Wuuu Charlie Love Wuuu Charlie Love Wuuu 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 Warte ich distracte den Gegner ich habe Mage Guide gelesen für Warzone Gulch Oh Scooby ich bin Target Scooby das Distracten hat nicht geklappt wir geben dich auf er macht gezielten Schuss auf mich Gesellstein ähm nice ha jetzt bin ich gestorben denken die Leute ja Will you spirit ach nein you souls don't das richtige Quill oh nein oh come on oh nein wie konnte das denn jetzt passieren ich brauche unsere Kuchels ich glaube die Leute wollen dass ich die Flagge nehme zu dieser und ich kann jetzt Geisterwolf nehmen ja ja ich bin der Flaggenkrieger ich bin der Flaggenkrieger ich schützt mich oh das sind sooo viele Leute Cooter kommen nicht durch die Mitte egal was passiert kommen nicht durch die Mitte oh oh nein oh 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 ich konnte nicht mehr ich hab's gesehen wir haben die Flagge noch ne haben wir nicht Hier, mich bitte. Eee, was ist das? Eee Oh, der ist keine Fix. Das ist Lateinisch, das hängt da. Ja, you guys, ich sprech fließend Latein. Okay, Hila ist geführt. Das stimmt ja zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, Affliction ist in diesem Level echt shitty. Aber ich bleibe dabei. Machst kein Damage. Ich bin noch nur knapp hinter einem Hunter. Schummeln zu groß, you guys. Ich sehe dich nicht gern. Ich brauche Unterstützung. Ruft Polizei. Polizia. Vier. Rettet nicht. Okay, ich hab noch ein paar Dots verteilen können. Ich will endlich meinen Heals bekommen. Ich möchte endlich Damage machen, Kohler. Ja. Meine Pets haben hier ein Special Zeugs oder nicht? Ich kann mit dem Sucubus nicht, nicht controlen. Ich kann mit dem Boardwalker mir kein Schild geben. Ich, ich, ich brauch den Türken. Den Türken? Mhm. Meinst du Betschub? Betschub. Betschub erscheinen. Wieso läuft das nicht? Ähm. Betschütli. Betschub. 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 Ich fühle mich sinnvoller. Jürgen, ich fühle mich wirklich sinnvoller nach der Operation. Das ist nämlich der Test, ob man die Operation gut überstanden hat. Fühlen sie sich sinnvoller? Ja. Na, jetzt tut mir leid, die Operation ist nicht gut verlaufen. Warum? You're retarded. Jeder für sich. Tschüss. Ah! Hi you guys! Warum ich? Ich werde gesilenced. Schau mal! Macht einfach keinen Spaß, wenn alle so 4 damage machen und man selber nicht... Es macht keinen Spaß, dass es einfach so schnell geht. Es lohnt nicht mal ein Heal zu casten. Aber ein 4! Ja, dummer Hunter. Den Quiz! Oh, hab ich mir noch den Seelenstein angeholt. Oh, und ich beschütze das Ding da. Oh Gott, Baitchop wird geniugt! Und ich auch. Oh! Wie... Bist du gerade da gefallen? Ich bin gefallen! Nein, nein, warum war ich keiner? Denn ich... Ich habe nicht einen Todesstolz. Bist auch ein Todesriller. Ich bin ein Todesmais. Ach komm, bei mir hängt es bei einer Sekunde. Kann ich bitte noch eine Wiederbelebung haben. Danke, ihr Geist. Ohhhh. Dieses gesamte Let's Play ist einfach gegen Warlocks. Was gibt es noch? Oh, bis du damage machst. Und dann sagst du, oh mein Gott. Das ist so overpowered. Hey nein! Hhhhh. Hm. Danke, ich meine ist nicht. Heilende Woge habe ich schon. Was ist das? Ein schneller aber ineffizienter Zauberer... Oh, danke. Oh, ich kann das hier explodieren, nice. Das ist mein Handel, das merkt auch nicht. Das ist mein Handel. Schildig, die Handel. Schildig, ja. Schildig, schildig. Ah Ah yes Ich töte die auch nicht Ich komme zum Heal Das ist gut Ich muss Adalus nutzen Nicht weiter vorlaufen Oh ich habe sie nicht angewählt Jetzt sehe ich sie wirklich Oh nice cool, nice hier Einmal Adalus noch Wuuuuh Aha Die kommen wieder Von links kommt der Mage Hier kommt der Mage Das ist der Mage Oh, ich würde, da kommt die ganze Truppe Ich redet die Doiden Er ist gerettet Ich bin gerettet Ich bin gerettet oder French nicht sterben 4 einen zerwischt nein lieber Druidisch ich habe echt keine Insta Guck als Grüß, ich seh dich nicht ich bin hinter so nem Baum du stehst nur auf Feuer nein die, die sind, die sind beessen ich weiß, dass die Mr. Poo ist ich heele mich komm mal, komm in meine Richtung komm ich hab's mit Drain Life geschafft, ihn zu überleben ich komme hat er was? na, ich nehm ihn über meine Antrage, ne? oh, wie gut du heelst ja, und das ist nicht die du heelst weg pass mal auf, was daran passiert oh, Pfff 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 Platt 7 Hmm, Eden. Ah, das Bell habe ich ja auch schon. Vier. So, wie bewege ich das Ding dazu, dass er mir hilft? Totem der Erd bin er mir ja auch. Nice. Das ist fair. Okay. Mhm. Tu me n'è nì? Sehr gerne.